ja und dann stellt sich ja die frage ob und wann wir halt die dann wieder verkaufen weil ich habe natürlich dann jetzt keine lust zuzusehen dass das man sagt okay wir kriegen halt immer noch mal eine zweiten crashphase und dann sind halt einfach wieder alle raus die gasform aktie also seitdem downfall in der krise dort ja wo wir auf 380 waren ich bin noch mal das video ein als ich damals sozusagen mit allen mut gefasst haben bei 380 noch mal eine kauflämme reingesetzt hat eine kauf oder er hat sich mittlerweile da über was bis auf über 5 euro gemausert und jetzt wieder über unter 5 euro gefallen also was ich sehr erfreulich finde dass die gas pro markt letztendlich so ein bisschen mitzieht dem gesamtmarkt also nicht irgendwie sind dubioses völlig unberechenbares eigenleben führt wie so manche aktien es trotzdem es gibt ja gott sein gemein also man kann sozusagen ein bisschen sich am gesamt an der gesamtmarkt orientieren das ist schon mal sehr positiv und ja ich würde mal sagen die dividende steht ja an bald nach in wenigen tagen wochen und was natürlich sieht richtig geil wäre das wenn ich jetzt hier also mit mit 20.000 bin ich dabei gewesen wenn jetzt wie noch mal über fünf euro steigen ja und das sind dann ungefähr so ein guter tausender dividende ja und gleichzeitig dann noch mal guter tausender kurs gewinnen also quasi zwei fliegen mit einer klappe das wäre natürlich ein richtig schönes frühlingsgeschenk ja weil dann könnte ich sogar sagen wir mal im august mal für ein wochenende nach budapest wenn es die grenzen wieder erlauben und nicht in irgendein loch wohnen wie letztes jahr weil ich halt einfach auf low budget alles gemacht habe vielleicht mal ein vier sterne hotel also ich schätze mal dass so 1200 euro netto dividende werden werden ist dass das ungefähr sowas in dem dreh da kann man schon drei nächte in einem vier vier stellen hotel also budapest ist extremst teuer geworden also nur zur info was die hotels auch betrifft ja und dann stellt sich die frage ob und wann wir halt die dann wieder verkaufen weil ich habe natürlich dann jetzt keine lust zuzusehen dass das man sagt okay ja wir kriegen halt immer noch mal einen zweiten crash phase und dann sind halt einfach wieder alle heraus also was natürlich passieren wird wenn sobald die dividenden ausgezahlt werden geht natürlich bei der gas pro aktie das ist ganz extrem also wenn jetzt die dividende fünf prozent ist dann geht am gleichen tag die gas pro aktie mindestens fünf prozent runter oder sieben das mehr und dann ist es aber häufig so dass sich innerhalb von wenigen tagen also maximal nur also meistens nur eine woche oder weniger sogar das wieder ausgleicht das einfach die ganzen langfrist investoren sozusagen das sofort wieder nutzen ja und das ist es war zumindest in den letzten jahren so und das man genommen wir gehen jetzt über sagen wir mal auf fünf euro 20 oder so nah und dann die dividende ausgeschüttet und dann fällt wieder auf fünf euro runter oder sowas und dann noch mal ein paar tage später nochmal sozusagen wieder auf fünf euro 20 geht das ist so ein bisschen meine strategie und dann ist halt stellt sich halt die frage okay dann so im juli august wenn die dividende raus ist und der kurs eingependelt hat im august sowieso alles immer ein bisschen schwächer an der börse und dann im herbst wahrscheinlich sowieso noch mal ob da nicht wieder komplett rausgehen ja oder ob man sie einfach halten dann weiter also könnt ihr mir mal in die kommentare haben wie ihr das sieht seht oder ob man sie einfach noch mal zehn jahre halten das ding jetzt was ich jetzt sozusagen mal aufgesetzt das position im portofolio sonst gewesen sein für dieses eine aktien review meinung beurteilung teilen transparenz und das sehen wir zum nächsten video jetzt haben wir wieder ein aktien video hier bis dann so Bis zum nächsten Mal.